hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen video in diesem video darf ich euch eine uhr vorstellen über die ich mich sehr sehr freue und zwar ich muss es ablesen die tangente sport neomatik 42 datum von nomos die kooperation kam wie folgt zustande ich war 2019 bereits privat bei nomos bei einer manufaktur führung dabei und seitdem hat mich die marke nicht mehr wirklich losgelassen ich habe immer so ein bisschen dahin geschielt und ja fand vor allem die tangente sport neomatik eben sehr sehr gut und wie es der zufall so will jetzt hat mich nomos angeschrieben und wir haben uns darauf geeinigt auf eine kooperation der transparenz wegen schlüssel ich das jetzt mal auf ich kriege diese uhr für eine gewisse dauer als leihuhr zum tragen und testen und muss eben als gegenleistung dieses video für euch machen was heißt muss ich darf dieses video für euch machen ich freue mich nämlich sehr darüber ihr kriegt schön content ich habe die möglichkeit die uhr zu review nomos kriegt ein schönes video also ich würde sagen es ist eine win-win-win situation für alle beteiligten ja ich möchte dieses intro jetzt auch nicht allzu sehr in die länge ziehen mir war es nur wichtig euch persönlich zu sagen wie kam die kooperation zustande und wie ist sie ausgestaltet wenn euch dieses video gefällt und ihr vielleicht auch mehr von nomos und mir in kooperation sehen wollt dann lasst ihr sie gerne ein abo da sehr gern auch ein daumen nach oben für das video und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt dann aktiviert die glocke und ich gebe jetzt ab in die nahaufnahmen in das eigentliche kurz review damit ihr natürlich auch alle technischen zahlen daten und fakten zur uhr mit bekommt und euch ein eigenes bild davon machen können bis zum nächsten Mal Und bevor ich euch gleich alle technischen Details hier um die Ohren schlage, nochmal mein erster persönlicher Eindruck zu Uhr. Ich finde, wir haben hier eine sehr schöne Mischung aus Sportlichkeit und Eleganz. Für Nomos Verhältnisse haben wir hier wirklich eine sehr sportliche Uhr, trotzdem ist sie elegant und aufgeräumt. Wir haben eine Uhr, die nicht langweilig ist, die finde ich durch das Armband so ein leichtes 70-Vibes durchkommen lässt. Es sind Highlights auf dem Zifferblatt, wie eben die blauen Zeiger oder die sandfarbenen Indizes über den Zeigern, der rotfarbene 1000-Feed-Schriftzug. Und ja, so sind immer kleine Highlights zu entdecken auf dem trotzdem aufgeräumt wirkenden Zifferblatt. Wir haben polierte Flächen, wie auch mattierte Flächen und die Mischung finde ich sehr, sehr schön. So, und all das ist natürlich verpackt in sehr schöne, sehr wertige technische Zahlendaten und Fakten. Wir widmen uns als erstes dem Gehäuse, das besteht aus Edelstahl, zweiteilig mit Saphirglasboden, ist sechsfach verschraubt dieser Boden. Wir haben eine verschraubte Krone und einen Kronenschutz. Das Glas ist gewölbtes und beidseitig entspiegeltes Saphirglas. Wir haben einen Durchmesser von 42 mm bei einer Höhe von 10,9 mm, also eine Höhe, mit der man, finde ich, sehr, sehr gut leben kann. Und ein Durchmesser, der mir als Fan größerer Uhren sehr entgegenkommt, aber mit Sicherheit nicht zu groß ist, wenn man eher kleinere Uhren mag. Also ich glaube, hier hat man einen guten Mittelwert gefunden. Ein Anstoßaußenmaß von 52,6 mm haben wir. Auch damit, denke ich, kommen die meisten gut zurecht. Die Wasserdichtheit beträgt 30 ATM. Das Zifferblatt ist galvanisiert, weiß versilbert. Dadurch kommt eben dieses Weiß-Silbrige in der Farbe sehr gut hervor. Die Stundenindizes sind mit Superluminova in Sandfarben versehen. Das sehen wir ja über den jeweiligen Ziffern oder unter den jeweiligen Ziffern, je nachdem, ob man oben oder unten aufs Zifferblatt schaut. Und das gibt, finde ich, nochmal ein sehr schönes Highlight, was die Farbe angeht. Der Schriftzug 1000 Feeds ist in Rot versehen. Auch das nochmal ein schönes farbliches Highlight. Die Zeiger sind rodiniert. Die Stunden- und Minutenzeiger zudem mit Superluminova in Dunkelblau ausgelegt. Das ist mein persönliches Highlight, denn diese schönen blauen Zeiger im Kontrast zum silbrig-weißen Zifferblatt machen ja ein sehr schönes Gesamtbild. Und das Band, in dem Falle das Metallband Sport mit einem Bandanstoß von 20 mm, liegt sehr bequem am Arm. Und ja, ist ein super tolles, ein sehr, sehr schönes Band. Die Referenz dieser Uhr ist die 580. Und natürlich wird diese Uhr auch angetrieben von einem schönen Werk, das ihr hier sehen könnt. Das ist das DUW 6101, ein Automatikwerk mit einer Höhe von 3,6 mm bei einem Durchmesser von 35,2 mm. Die Gangreserve beträgt 42 Stunden und wir haben 27 Rubine in diesem Werk. Der Preis der Uhr mit dem Metallband Sport beträgt 3.980 Euro. Es gibt dann noch das, in Anführungszeichen, normale Metallband. Da könnt ihr dann von diesen 3.980 Euro 240, ganz so viel ist es dann doch nicht, 240 Euro abziehen. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr zu der Uhr? Was sind eure Gedanken? Ich muss sagen, ich habe die Uhr ja jetzt eine Woche testen dürfen und habe eigentlich nichts daran auszusetzen. Man kann über die polierte Schließe vielleicht streiten. Das ist für empfindliche Gemüter, was Kratzer angeht, mit Sicherheit ein kleiner Triggerpunkt. Ansonsten kam ich mit den Abmaßen der Uhr sehr gut zurecht. Ich muss das Band nochmal hervorheben, das ich als sehr angenehm empfunden habe. Und ja, ich muss sagen, ich mag die Sportlichkeit der Uhr. Ich mag dieses sportliche Erscheinungsbild, das trotzdem unverkennbar die Nomos DNA beinhaltet. Und ja, wünsche mir weitere solcher Uhren im Nomos Portfolio. Denn ich als Fan sportlicher Uhren, die auch gerne so ein bisschen ausgeflippter sein können, finde, genau solche Uhren ergänzen das Portfolio wunderbar. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr mir den Daumen nach oben da lasst. Freue mich über eure Kommentare und auf den Austausch über das Video in den Kommentaren. Sage bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Macht es gut. Bis bald. Ciao.